und damit begrüße ich euch zu einem neuen abenteuer hier in final fantasy 14 stormblatt ja konrad hier sagt uns begrüßt uns jetzt hier in radgas macht konrad möchte sich in ruhe mit euch unterhalten er hat bestimmt wichtige dinge zu besprechen sonst hättet ihr nicht den weiten weg hierher auf euch genommen kommt wir wollen uns in ruhe unterhalten okay irgendwo in den gewimmel hier muss konrad stecken hallo ist ja konrad irgendwo von rad ich heiße euch abermals in ralgas wacht willkommen die befreiungsarmee ist erfreut euch als gäste begrüßen zu dürfen ich bin konrad camp der anführer der befreiungskämpfer die sich diesen ort als stützpunkt ausgesucht haben und mit wem genau habe ich die ehre ich danke euch für eure gastfreundschaft ich bin alphineau levieu vom bund der morgenröte und ich bin mit einem dringenden anliegen nach die arbania gekommen aber lasst mich zuerst meinen tiefsten dank ausdrücken dafür dass ihr meinen freunden papa limo und ida ich meine papa limo und ließe im augenblick der gefahr geholfen habt aber nicht doch ich habe zu danken deine freunde haben sich mehr als einmal um unsere sache verdient gemacht ich war unaufrichtig und dafür möchte ich mich entschuldigen schon gut es ist nicht ungewöhnlich dass sich jemand unter falschem namen unserer befreiungsarmee anschließt ich habe von papa limo gehört ja er hat sein leben für uns geopfert wir schulden es ihm mit aller entschlossenheit für die befreiung aller migos zu kämpfen und die galea aus er sehr zu vertreiben aber nicht auf die abscheuliche weise wie über das tat wir werden mit unseren mitteln kämpfen auch wir haben leute an die eisenmasken verloren die sich von den reden des greifen haben einfangen lassen wenn ich mir vorstelle dass sie für die beschwörung eines prima e geopfert wurden ein grausames schicksal für diese guten seelen nago hat mir auch gesagt dass euer bund der morgenröte für unsere sache einstehen will so ist es der bund der morgenröte tritt heute vor euch um ein vorhaben zu unterbreiten dass uns der befreiung aller migos einen großen schritt näher bringen wird die eosaische allianz hat uns geschickt um als vermittler aufzutreten sie schlägt der befreiungsarmee von aller migo vor ein militärisches bündnis einzugehen ich bin ganz ohr sprich weiter also wir würden nur angreifen wenn ihr zustimmen ich verstehe um ehrlich zu sein kommt das angebot wie gerufen wir stehen einem mächtigen gegner gegenüber und meine truppen sind weit unterlegen aber ich würde mich gerne erst mit meinen vertrauten beraten darf ich um etwas zeit bitten bevor ich mich entscheide selbstverständlich wir werden auf eure antwort warten so und wo kriegen wir jetzt die antwort die antworten werden auf dem angebot ist das angebot ist der befreiungsarmee ein nachdenkliches gesicht und es bleibt nicht anderes übrig als zu warten nehme ich an verzeiht ihr dürft euch in ralgas wache frei bewacht wir frei bewegen ich begrüße es sogar es mag euch das ist eine klinik und ich habe mir auch keine klinik helfen unsere gegenwärtige situation besser zu verstehen das angebot nehmen dankend an konrad dann wollen wir uns mal ein wenig im lager umsehen ein bisschen zeit für eine erkundung das klingt doch verlockend das ist es da ist es angenehm kühl die krieger der befreiungsarmee gehen gern dorthin und sich auszuruhen die krieger der befreiungsarmee gehen gern dorthin um sich auszuruhen so ließe mit hier oder du hast es sicher schon gemerkt obwohl an amigo hauptsächlich von hochländern wie mir bevölkert ist gehören mehr als die hälfte befreiungs kämpfer zu einem anderen volk wir haben mutige kämpfer der lohn gerade hier und auch viele gold tatzen sowie nago auch von wilden stemmen der atana haben sich welche auf unsere seite geschlagen sind sie sind loyale mitkämpfer geworden die meisten von ihnen stamm aber was die meisten aber von ihrem stadt die meisten von ihrem stamm aber verabscheuen den kampf und wollen weder mit uns noch mit den galern etwas zu tun haben die an noten bleiben lieber unter sich und widmen sich ihren handwerkskünsten sie stellen kunstvolle schmuckstücke her manche davon mit besonderen kräften versehen oder aus seltenen legierung geformt aber die wenigsten stücke verlassen jäger abad ja komm ich zeige jetzt die statu beeindruckend oder der zerstörer führte unsere ahnen einst in dieses land jeder hat mir die geschichte oft erzählt sie war ihr sehr wichtig gegen ende der fünften ära des lichtes als das wasser höher und höher stieg flehten die völker also ihre götter an ihnen ein zeichen zu schicken und ein brennender stern erschien im schmutzten und führte sie bis in die berge von gier abania diejenigen welchen den stern folgten schworren den gott der kometen und der zerstörung aus dank für ihre errettung ewige treue ein sturm aus blut wird kommen und öffnen die sieben höllen weit in die sieben höllen weinen kein leid erfährt über den real über wen das gedicht wurde hier von einem mönch der faust in den stein gemeißelt es bedeutet dass uns eines tages ein schicksal ereilt dem keiner in drinnen kann nur wer unter ralgas führung sein körper und sein geist stehlt wird aus dieser prüfung des schicksals vorbereitet sein ob der drohende krieg dieses dieser sturm aus blut ist wenn das so ist müssen wir darauf vertrauen dass wir gut vorbereitet sind das ralga uns den richtigen weg gewiesen hat entschuldige ich habe mich etwas in die geschichte hinein gesteigert wollen wir weiter als nächstes steht das lazarett auf dem programm so lisse hier im lazarett verarzt die heiler der befreiungsarmee die kranken und verletzten wir schätzen jedes leben und versuchen immer verluste zu vermeiden aber jeder jeder krieg fordert seine opfer das sollte man nie vergessen wir sollten hier nicht länger im weg stehen kommen wir gehen noch zum etha riten man möchte meinen dass ich der etha rit kaum von anderen unterscheidet aber dieser hier ist etwas besonderes er schon jahrzehnte alt und stammt aus einer zeit in den der milch sorden noch hier ansässig war er funktioniert aber genauso wie die anderen auch du wirst ihm wie gewohnt nutzen können wenn du dich einmal mit ihm harmonisiert hast macht das bevor wir den händler einen besuch abstatten ok ja ich habe mich schon mit den iteriten harmonisiert also gleich weiter zu den händlern so lisse und jetzt das sind auch alfino und alisa alice das ist was sie sich wohl schon alles angesehen haben waffen rüstungen tränke hier findest du alles was du oder fast alles was du auch auf einem markt in einem der stadtstaaten finden würdest ohne die mutigen händler die sich hierher wagen hätte befreiungsarmee ihre liebe not habe aber keine hemmung hier einzukaufen oder was reparieren zu lassen die händler sind für dich genauso da wie für die kämpfer der befreiungsarmee sie dich ruhig einmal um was kriegt denn stein da verstümmeln schlagen spälen gibt es kein heiler dann halt das aus dem materie so alle seh alle seh alle seh schaut sich interessiert das treiben in ralgas macht dann die händler haben wirklich ein gutes angebot und mutig sind sie auch wenn die gala herausfinden wem sie diese waren verkaufen würden sie ihren letzten handel würden sie ihren letzten handel wohl mit dem henker abschließen ich bin mir sicher dass sie das risiko wohl kalkuliert haben trotzdem besetzen sich für die richtige sache ein und das muss man bewundern da seid ihr ja es hat ein bisschen gedauert aber die besprechung ist vorbei ich habe schon nach wie es tolleren krille geschickt wir können also ohne umwege zurück zum zelt vielen dank für eure geduld ich habe einen entschluss gefasst jetzt bin ich mal gespannt ich nehme den vorschlag der eosäischen allianz an und werde ein militärisches bündnis mit ihr schließen aber es gibt eine einschränkung nach die einschränkungen sind immer das probleme was meint ihr damit ich bin für den vorschlag der allianz sehr dankbar und würde ihre hilfe gerne uneingeschränkt annehmen aber ihr müsst verstehen dass es sich bei der befreiungsarmee nicht um eine geeinte streitmacht handelt es gibt viele verschiedene gruppierungen ich kann nur für die kämpfer hier in ralgas wacht sprechen nur meine untergebenen werden dem bündnis beitreten ich werde natürlich alles dafür tun dass ich auch die anderen gruppierungen anschließen aber ich kann es nicht garantieren ich möchte dass ihr das versteht dafür haben wir verständnis dann werden wir der allianz übermitteln dass ich konrads kämpfer für ein bündnis entschlossen haben vielen dank eins müsst ihr wissen es haben sich mehr kämpfer den eisenmasken angeschlossen als ich zugeben möchte ich plane daher meine truppen neu zu organisieren dabei werde ich das anstehende bündnis berücksichtigen wenn wir irgendwie helfen können werden wir euch bei der neue organisation nach besten kräften unterstützen seht es als zeichen unserer freundschaft wie könnte ich das abschlagen ich bin froh so tatkräftige verbündete gefunden zu haben dann werden die stöhne und ich das lazarett besuchen wir werden uns als heilerin nützlich machen ich werde zum sonnenstein zurückkehren unter den mitgliedern des bundes finden sich bestimmt noch weitere krieger die für alle amigos unabhängigkeit kämpfen wollen und was machen wir kämpfen wenn ich einen vorschlag machen dürfte nage und märfried könnten etwas hilfe bei einer aufgabe gebrauchen die ich ihnen anvertraut habe mitgliedern verstanden wir schauen gleich bei ihnen vorbei dass wir zuerst nago und mifrid zur hand gehen eine arbeit so gut wie die andere du könntest dich also frei entscheiden wenn wir zuerst helfen helfen willst tara erstmal will ich den helm kriegen vielen heilung da h es sind neue wind äther quellen verfügbar benutzenden äther kompass um sie zu finden solltest du den äther kompass verloren haben wird goutfried in raigas wacht für ersatz sorgen so und wir können uns jetzt für minfred oder nago entscheiden machen erstmal nago die kennen wir ja schon aus der letzten story quest oder letzten story nago braucht eine hilfe bei einer mission danke dass ihr uns helfen wollt auf dem bund ist wirklich verlass ich möchte mich übrigens entschuldigen dass ich damals so sang und klanglos verschwunden bin ich wollte halt so schnell wie möglich wieder zu meinen leuten kein problem ist verstehen wir doch ich freue mich jedenfalls dass ihr alle so nett seid und uns helfen wollt also es geht um folgendes konrad hat eine antwort an die irseische allianz geschrieben wie er gerade gehört habt hinter dem vorschlag an mit einer einschränkung und ich soll jetzt ein schreiben an das kommando der allianz überbringen das dokument darf auf keinen fall in galeische hände fallen wenn die wind von unserem plan bekommen das ist aus mit unserem unterfang bevor es richtig angefangen hat ich gehöre mich darum ich meine wir alle drei werden gehen tara du und ich wir bringen das schreiben sicher zur general raubahn ich danke euch tara sagt mir bescheid wenn du bereit bist ralgas wacht zu verlassen ich warte am südlichen zugang alles bereit dann auf nach castro orient auf leisen sohlen denn wir wollen ja nicht dass konrads antwort schreiben gallische hände fällt ich höre das pfeifen von einem erz seinem antrieb eine patrouille ich höre nichts ich habe die ohren einer jägerin das pfeifen hat mir verraten dass sich die patrouille aufgeteilt hat sie sind auf der suche nach uns haben wir uns auch auf dann können wir besser verbergen aus welcher richtung wir kommen die galea darf auf keinen fall erfahren wo der unterstupf der befreiungsarmee liegt dann greifen wir sie an aus drei richtungen das wird sie verwirren und besser wir erledigen sie jetzt und hier als dass sie uns später noch auf die schlicht gekommen da kommt von süden alle see von norden wenn die patrouille erledigt ist treffen uns am flussufer wieder gute jagd so davor müssen die dann sein da ist der zielort ok vielleicht wollte ich erst mal platt vielleicht dauert es auch ein bisschen ich muss dringend meinen gefährten mitnehmen ich muss dringend meinen gefährten mitnehmen so irgendwas auffälliges das ging doch relativ fix und jetzt treffen wir uns wieder mit nago am will du dünner ich habe meinen teil der patrouille ausgeschaltet bisschen bemerkt hat er gemerkt haben dass er angegriffen werden war der kam schon vorbei ihre moral war sofort hinüber wahrscheinlich war eine strafversetzte aus anderen provinzen die lassen die schwerter immer zuerst fallen aber das heißt nicht dass alle kämpfer so dass alle kämpfe so glatt gehen wir sollten weiter auf der hut bleiben besonders wenn wir es mit den mit mehr kampfmaschinen zu tun haben die können sie die können nämlich richtig wehtun sowas kriegen wir dafür die mission vorzusetzen also weiter aber vorsichtig das wird bestimmt nicht die einzige patrouille die hier unterwegs ist die klinge ist legendär ich hätte mir nie träumen lassen in einem mann persönlich die luft ist rein die einzige patrouille die wir noch treffen werden erseische sein da fährt mein hast du nicht gesagt dass general rauban die truppen in castrum orient befähigt der bulle von aller amigo seine kunstfertigkeit mit der klinge ist legendär ich hätte mir nie träumen lassen in einem mann persönlich zu begegnen so rauban wo stehst du rauban ich grüße euch phoenix general rauban es ist mir eine große ehre vor den legendären bullen von aller amigo treten zu dürfen tja bulle von aller amigo diesen namen benutze ich schon lange nicht mehr meine besten zeiten als gladiator liegen hinter mir selbstverständlich verzeiht mir phoenix general unser anführer kommandant konrad schickt euch einen brief mit seiner antwort er nimmt unser vorschlag also an das beruhigt mich bleibt nur noch zu hoffen dass die geplante neuorganisation seiner truppen reibungslos verläuft wir sind weniger als ihr denken mögt viele gute männer und frauen haben sich den eisenmasken angeschlossen und durch elberts wahnsinnstat ihr leben verloren seitdem hat die bevölkerung das vertrauen in uns verloren es fällt uns schwer neue kämpfer zu rekrutieren die migiten sehnen sich nach freiheit aber niemand will sein leben für einen kampf riskieren den man nicht gewinnen kann wenn wir von den migiten verlangen dass sie sich blind links in einen hoffnungslosen krieg werfen sind wir nicht besser als der greif dann sollten wir zeigen dass es nicht hoffnungslos ist ich habe nicht vor das volk in die irre zu führen aber wir müssen den migiten klar machen dass sich die opfer des krieges lohnen werden die migiten haben zu lange gelitten um von sich aus auf einen sieg zu vertrauen sie brauchen einen anstoß ein zeichen etwas das ihnen neue hoffnung gibt wenn die allianz und die befreiungsarmee gemeinsam einen sieg über die galear erringen würden dann wäre dies ein zeichen dass sie zu bezwingen sind solange wir nur zusammenhalten es braucht keine große schlacht zu sein ein kleiner sieg würde reichen um einen funken zu entzünden der ein leuchtendes feuer der hoffnung entfach wenn das gerücht die runde machen würde dass eine gemeinsame armee die galear auf dem schlachtfeld bezwungen hat würden sich bestimmt mehr unserer sache anschließen ich hab da auch schon eine idee wie unsere späer berichtet haben führt castlum velodina über eine neue verfügt castlum velodina über eine neue waffe eine art experimentelle magitek maschine wir vermuten dass die waffe hier getestet werden soll und zwar im kampf gegen uns wir müssen jederzeit damit rechnen so einen neuen frontbrecher gegenüber zu stehen noch mehr magitekt waffen verdammt es hat gerade noch gefehlt deine sorge ist berechtigt aber wir brauchen nicht zu verzweifeln mit der ortskenntnis der megiten und der kampfkraft der erosea sollten wir mit der neuen bedrohung fertig werden mit jeder art von bedrohung wenn du mich fragst aber entscheidend ist dass ein sieg über die neue waffe der galea für die bewohner von gira bania ein zeichen der hoffnung wäre das vereinte krieg das vereinte kriegsgeschrei der neuen verbündeten allein sollte diese höllmaschine ihre einzelteile zerfallen lassen die galea werden sich wundern wie wenig technik wie wen ihre wie wenig ihre technik ihn nutzen wird wenn es uns gelänge einen neuen prototyp der galea zu zerstören würden die megiten uns wieder vertrauen und den galären würde es sicher den wind aus dem segel nehmen das denke ich auch sie wagen sich jetzt schon weit zu weit vor ein kleiner aber schmerzlicher denkzettel könnte nicht schaden wir werden hier und da ihre patrouillen attackieren damit sie ihren prototypen waffen einsetzen am besten in der nähe von ostmischwald dann könnte unsere freunde von der befreiungsarmee in den rücken fallen ein guter plan ich würde ihn gern gleich in die tat umsetzen was sagst du dazu wir werden die galea herauslocken und gemeinsam in die zange nehmen gibt mir nur zeit meinen kriegern bescheid zu geben verstanden sobald ich die einzelheiten ausgearbeitet habe werde ich sie einen boten übergeben wir machen doch mit oder wenn es darum geht eine neue galerische magitech waffe auszuschalten dürfen wir nicht fehlen so und was kriegen wir dafür wir kriegen den rothampfbrust wickel der heilung cool so aber wie die quest jetzt weitergeht und wie ihr die attacke von schatten geht das erfahren wir dann in der nächsten folge bis dahin sage ich vielen dank dass ihr zugeschaut habt wir sehen hören und spielen uns dann beim nächsten mal ich hoffe es hat euch gefallen und natürlich freue ich mich immer über den ein oder anderen like oder über einen kommentar von euch bis dahin macht's gut